hallo liebe golferinnen und golfer in der letzten folge haben wir ja ordentlich ein versenkt auf dem golfplatz wenn ich versteht was ich meine so wir haben also den freund eines freundes diesmal mache ich hier nicht den fehler und nehmen so eine scheißkarre wenn der pulle hier steht ich weiß noch nicht wie wir von a nach b kommen sollen aber willkommen zurück zu einer neuen folge da steht ein auto das können wir uns rein da und dann wollen wir ich denke machen wir noch mal den kolonel na komm fahr mal zum kolonel dann also einmal umdrehen ja jetzt kommen wir bald mal so ein überarbeitetes überarbeitetes gta raus die stehen hier mitten auf der straße aus dem scheiß bus aus ich glaube es war gta 3 gta vice city wenn ich mich nicht täusche und gta san andreas das wäre eigentlich auch noch mal geil ne ja ja es geht um nicht nicht ja 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 Ja, ich bin ein Freund, der mich aus der Verbrechung von der Verbrechung verletzt hat. Obwohl, ich muss, dass ich ihn verletzt und weitergehen mit dem Geschäft, wie immer. Das ist mir nicht näher an meine Geld. Tommy, mein Freund, du bist jetzt nicht in Freiheit. Hier, wir machen Dinge anders. Ich werde mit meinen Inquiries weitergehen. Aber im Moment, ich habe eine wertvolle Behandlung. Hast du ein Freund für ein Freund, Cortes? Du bist ein Freund, Tommy. Ich wusste, dass du mich nicht verletzt hast. Ich brauche dich, um einen Kurier zu treffen, der eine wertvolle Technologie für mich hat. Ein Kurier treffen. Der hat eine wertvolle Lieferung. Willkommen. Oh, ja. Unsere Fahrskills sind immer noch nicht so die besten. Aber, ich denke, das haben wir gerade ganz gut gelöst. Äh, äh, was? Oh, ich brauche keine Waffen. Wir haben doch. Ach ne, kann ich am Auto gar nicht angucken. Ähm, okay. Hier ist das Einkaufszentrum. Wir müssen einmal rumlaufen wahrscheinlich. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir laufen noch in unserem Golfdress hier rum. So, wo ist er denn direkt über uns? Da. Hola. Was? Oh, fack. Jetzt aber schnell. Oh. Oh, 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 raus, 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 raus. Wo ist der nächste... Ausgang. Tschüss. Irgendwelche Drogen angenommen. Die mich anscheinend schneller machen. Weil ich das schön abhau. Mal aufs Motorrad. Jawohl. Hört sich auch ganz interessant an. Was muss ich machen? Oh, Alter. Nein. Haben wir uns festgepackt. Das ist der Autoclown. Ja, ich komm noch. Muss ich ihm jetzt folgen, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss ihn umbringen, ne? Wir machen das jetzt einfach. Oh, fuck. Das war doof. Herkomm, herkomm. Nein, herkomm. So. Zwei Sterne. Geh doch mal hin da. Ähm. Wollen wir ihm sein Motorrad hier? Shit, die Bullen. Und stecke aus. Scheiße, die hat mir mal lieber das Auto genommen. Okay. Das war Skill. Ganz klar. Also nicht Gill, sondern Skill. Ja, komm, lass mich doch mal in Ruhe. Okay. Oh no. Shit. Fuck. Okay, das hätten wir vielleicht nicht machen dürfen. Ähm, bei Regen ist das aber auch echt schwer. Tatsächlich mit diesem scheiß Motorrad. Das können wir skippen. So, Auto. Einkaufszentrum. Gut. Weck da. Junge. Alter. So, warte mal. Wo ist der denn raus? Können wir da direkt unsere Karre parken? Hier, ne? Ja. Gut. Gehen wir hier auch rein. Gehen wir hier hoch. So. Moin. Da haben wir schon. Die Auto ist noch da. Dann kriegen wir den noch auf jeden Fall. Doch ich muss die... Wie langsam fährt der, wenn er flüchten will. Geht doch easy. Oh, oh, oh. Oh nein. Jetzt stehen die auch überall rum. Jetzt fängt es doch wieder an zu regnen. Aber mit dem Auto kommen wir besser zurecht, tatsächlich. Außer es kommt so ein scheiß Motorradfahrer. Oh nein, die Bullen. Oh nein. Ich wollte mich gerade irgendwie verstecken. Jetzt aber schnell. Vor der Bullen kommt. Weg, 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 weg. Jetzt sind die aber auch überall. So. Da. Was war das gerade für ein Fehler? Ich habe das Meer gesehen. Na ja. Ähm. Wir gucken mal, ob wir vielleicht schon rein können. Die Aufgabe abgeben können. Ja, tatsächlich. Aber die zwei Sterne behalten wir. Okay. Auch. Äh, nett. Komm. Super Typ, ey. Komm, machen wir direkt noch einer. Wenn wir schon hier sind. Thomas, ich freue mich für deine kommen. Entschuldige mich für mich zu kommen. Diez hat mich überprüfen, eine kleine Geschäftsbeziehung. Ich hoffe, es geht besser als letzte Mal. Das ist das, warum ich dir, mein Freund. Ich habe ein paar Protektionen auf dem Multistory Carpark. Ich habe ihn. Und dann, geh und auf die B-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Okay, Parkhaus ist nicht allzu weit weg. Alles gut. Sorry, sorry. Jetzt haben wir uns hier festgefahren. Shit. Komm, fahr weiter, Mann. Sein Auto hier. Ob man uns nicht sieht. Der Polizist meine ich natürlich. Mehr hat er nicht. Gut. So, weg da jetzt. Mach Platz, Mensch. Oder ich will nicht wissen, was die da jetzt gemacht haben. Hier ist das Parkhaus, oder? Sollen wir da schon rein, oder? Liegen hier so viele tote Menschen rum? Das ist jetzt nicht nur von mir, oder? Okay, wir sollen da hoch. Okay. Ups. Wir schieben das einfach auf den Taxifahrer. Ich will nicht wissen, wie man damit umgeht, ne? Oh, nice. Wenn ich jetzt wissen, wie man damit umgeht, ne? Mhm. Mhm. Okay. 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 So, wo sollen wir denn hin? Okay, ist schon ein Stück. Also müssen wir doch mit dem Auto fahren. Nehmen wir seine Karre hier, ne? Steht hier grad so schön rum. Komm rein. Okay. So. Oh. Oh, meine Güte. Das ist schon echt nervig an dem Spiel. Ey, mal guckt euch das an. Na, jetzt haben wir noch einen Stern gekriegt. So, ein Stück zurück. Wieder rein. Wieder ein Stück zurück. Wir schaffen das schon. Wir müssen gleich mal Sturmgewehr. Ausrüsten. Mhm. 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 Golfschläger, Pistole, Pumpgun. Gut, das war die, ne? Ja. Okay. 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 So, irgendwie ist das hier mit der Steuerung. Der übelste Scheiß, Alter. Oh, der über die Waffen kümmert. Ey. Ohne Witz, Leute. Ihr seht das doch, was ist das hier? Und wir nehmen alles an uns. Und wir nehmen alles an uns. Warum zieht ihr nicht einfach auf den anderen? So. Ente uns. Hohoho. Killermachine, Alter. Das hat man früher gespielt, Alter. Also ich hab's ja auch früher gespielt. Wahrscheinlich war das übelst geil. Er rinnt weg. Wie muss ich den jetzt holen? Wie sehe ich? Jetzt renne ich meinen Opfern noch hinterher, oder was? Okay. Scheiß, Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Muss das sein. Hehehe. Er schmeißt das Scheiß-Teil jetzt mal um. Er schmeißt das Scheiß-Teil jetzt mal um. Oh. Kann er nicht nach vorne schießen? Oh. Genau so. Läuft. Sauber. So. Erfolgreich zurückgeholt. Ich dachte, er kann auch vorwärts schießen, aber anscheinend nur seitwärts. Na gut. Oh, das sind... Fuck. Ich wollte gerade sagen, das sind Skills. Das sind Skills, Leute. Aber nix... Äh... Keines Skills. So. Oh, da wäre noch ein bisschen Money. Komm, die können wir uns aber noch erstmal holen. Haben wir schon, ne? Na gut. Ab in die Karre hier in seinem Porno. Hehehe. Tommy. Tommy. Okay. Gern geschehen. Einen Taui haben wir gekriegt dafür. Leute. Alter. Nice. Uh, dann gehen wir wieder in unser Hotel. Jetzt hat er... Äh... War doch sein Auto. Na gut. Wir fragen nicht nach. Die dining cheie ist ja auch, Ovść. TightenALM läuft aus wie man direkt kann auch dasen. Oh, 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 uh, oh, oh. Oh, 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 oh. chees, ich bin im scheiß Zirkus anfangen. baptLearn. pushedle by the house as well, oh, 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 oh. Uh, oh, 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 oh. Heheheh, heheheh, scheiß, irnaparten. ich glaube äh, Telefon, ja, sorry oh, das wäre mal geil ähm ja, Leute, oh, wer war denn da? äh guckt da nicht so hin Leute, so äh, wir drehen so äh, so, komm, also von hinten von hinten ähm danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich freue mich auf nächste Folge mit euch schaut wieder rein wenn es heißt äh Löwenzahn, nee, abschalten äh, wir drehen so hin und dann